Was hat es für Auswirkungen? Findet das Eckspiel statt? Wenn ja, wo findet es statt? Und wenn ja, wann? Der NFL-Verband hat entschieden, dass am 11.06.19 Uhr wir zu Hause gegen Amsterdam spielen. Wow! Und das bedeutet heute, dass das Fußballspiel für den 11.06.19 Uhr verlegt wird. Da wissen wir auch schon, für Aufwand das da verlegt ist. Wir werden das Spiel gegen Saarland auf dem 30. oder 31. Juli verlegen. Die Dauerkarte in der Arbeit, den Haarland, die Chance, sieben Tage und Plätze zu sichern. Und alle Tagestickets in der Arbeit gegen Saarland haben die Chance zu entscheiden, wollen wir zum Finale in Amsterdam kommen oder Ende Juli zum Ticket in Saarland. Das ist eine faire Angelegenheit. Gibt es denn jetzt doch die Möglichkeit, Tickets zu kaufen? Wir können jetzt alle rausgehen an den Ticketscheinern und können Tickets gegen Amsterdam suchen. Grandio!